ja hallo heute mal ein video aus dem harz ich war schon mal im februar hier lag noch ein bisschen schnee ich habe mir auf komoot was zusammengestellt gehabt da konnte ich jetzt auf der ersten auffahrt konnte ich schon mal hin hochfahren weil noch bäume gerückt worden sind aber gut ich habe jetzt einen anderen weg gefunden und dann geht das mal den kamm drill runter den bin ich ja schon mal gefahren dann das wassertal und dann werde ich noch mal schauen wo mich komoot hingeführt hat mit s2 s3 wegen glaube ich werde ich hier im harz ganz gut bedient sein viel spaß beim video ja die alternativroute zum kamm trail war jetzt eigentlich auch nicht so schlecht oh ja Oh, groß! Oh, groß! Oh, groß! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 man fährt hier schon so ein bisschen wie in der mondlandschaft hier rum was ein autos wahnsinn komm komm Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, und weil ich nicht genug bekommen kann vom Kammweg, fahre ich den jetzt nochmal runter. Nee, Quatsch. Ist einfach, weil es für mich jetzt der kürzeste Weg ist. Sonst wäre das zu viel geworden für heute. Ich bin jetzt schon ziemlich platt. Mal gucken. Ich werde doch nochmal ziemlich anstrengend hier runter. Deswegen schön vorsichtig runter. Und dann sehen wir uns hoffentlich unten. Oh, oh.